und da wären wir schon wieder mit einer neuen beta von ios 13 die beta 6 freunde ja sie ist da und sie ist gekommen mit einer größe von 378,4 megabyte hier auf dem iphone 7 und ein bisschen speicherplatz wurde bei mir auch freigeräumt vorher hatte ich 93,27 frei und hinterher hatte ich 93,58 frei also soviel dazu aber was gibt es denn neues und wir starten mal wieder hier bei dem neuen volume hud hat das hier auf poppt wenn man die lautstärke ändert da gibt es nämlich etwas wenn man hier gedrückt hält dann gibt es ein haptisches feedback dann spürt man also die einzelnen schritte die so runter oder hoch gestellt werden das ist eine ganz nette sache und außerdem ja sind auch die schritte etwas weniger geworden also das waren vorher sehr viele kleine schritte ich glaube so um die 34 oder sowas und da liegen wir jetzt hier noch bei 16 schritten die man hier durchgehen kann bis zur maximalen lautstärke oder dann eben runter bis zur minimal lautstärke aber das haptische feedback das ist ganz cool im kontrollzentrum gibt es was neues wir gehen mal eben rein auf steuerelemente anpassen und suchen uns mal den neuen punkt raus das ist der hier dunkles erscheinungsbild und wenn ich den mal auswähle und wir gehen dann hier ins kontrollzentrum rein dann ist er hier unten und da kann man dann direkt zwischen hellem modus könnte hier schön sehen aufs wallpaper das alles schön hell könnte man dann hier direkt noch mal umwechseln auf den dark mode also die experimentieren darum wie man das hier am praktischsten machen kann vorher ging es ja nur hier über die helligkeit dann konnte man das hier ein und ausschalten aber den punkt kann man wenn man will sich dann auch sparen und das hier direkt machen ich mache aber wieder dunkel und bleiben wir kurz im kontrollzentrum wenn man hier einen 3d touch macht auf ein icon dann wird das aktiviert das war vorher nicht der fall da muss man also nur kurz drauf tippen aber jetzt gibt es auch den 3d touch und man spürt dann auch das kurze haptische feedback dabei ja und bleiben wir direkt mal beim 3d touch ich habe in meinem letzten video gesagt dass ich das so furchtbar grauenhaft anfühlt und gar nicht mehr gut funktioniert das hat sich hier gott sei dank endlich wieder geändert das fühlt sich jetzt wieder an wie vorher also nur durch einfaches draufhalten geht es natürlich auch aber wenn ich hier rein drücke habe ich auch das gefühl dass sich da auch direkt was tut beim ersten rein drücken und nicht erst dann ja quasi durch das auflegen das ganze aktiviert wird also bei geräten die 3d touch noch physisch unterstützen da fühlt sich das jetzt endlich auch wieder ordentlich und gut an sehr gut so soll das sein und 3d touch und der dark mode da gibt es ja auch folgendes wenn ich jetzt hier einen 3d touch mache auf die einstellungen ist das auch für den dark mode schon optimiert ihr seht also hier ist alles grau hinterlegt und genau dasselbe hier bei der musik zum beispiel aber bei apps die das eben noch nicht haben wie zum beispiel hier die google suche da ist das alles hell und das gleiche gilt dann auch hier bei google maps zum beispiel aber hier bei apple tv ja da ist es wieder dunkel im hintergrund ich glaube das war vorher auch nicht bin mir aber nicht 100 prozent sicher in der fotos app hat sich auch eine kleinigkeit getan die schriftgröße wurde mal wieder geändert nämlich hier bei dem auswählen dieser button der wurde noch mal ein bisschen angepasst und wurde kleiner gemacht genau das gleiche gilt hier oben für das bearbeiten das ist aber echt nur eine minimale änderung bleiben wir bei den fotos ich gehe noch mal raus und wähle mal ein paar stück aus raus bitte so wir wählen einfach mal ein paar fotos aus also auswählen und dann selektieren wir die einfach mal durch und was wir jetzt tun können ist durch 3d touch hier peak und pop machen das heißt wir bekommen eine vorschau und das ging eben vorher nicht wenn die selektiert waren dann musste man erst die selektion aufheben aber jetzt geht hier peak und pop auch während selektion ja also keine große sache aber mal erwähnenswert und auch hier beim teilen menü in den fotos gibt es noch mal eine kleine änderung da wurde das ganze hier noch mal ein bisschen verändert von der reihenfolge her und es sieht irgendwie ein bisschen aufgeräumter finde ich aus wie vorher und natürlich kann man hier alles noch frei anordnen abwählen anwählen sowie das sein soll und auch siri hat was dazu gelernt das war allerdings in der beta 5 schon so ich habe jetzt hier den dark mode deaktiviert ihr seht alles ist schön hell und siri kann den dark mode aktivieren dunkles erscheinungsbild aktiviere dunkles erscheinungsbild und da seht ihr es jetzt ist der dark mode wieder aktiviert durch siri und im app store gibt es jetzt hier ein kleineres bild von euch oder was auch immer ihr für euch hinterlegt habt hier oben kann man sehen dass war vorher deutlich größer und ist jetzt richtig klein geworden und wenn wir schon im app store drin sind können wir hier mal gehen auf die updates ihr seht hier habe ich die ganzen updates und wenn ich da einen 3d touch einfach mal drauf mache dann gibt es hier so eine vorschau von dieser app und was da alles so drin steht das ist ein bisschen kleiner geworden das war vorher einen hauch größer und wenn ihr zum ersten mal die apple podcast app eröffnet gibt sie einen leicht überarbeiteten splash screen also einen neuen begrüßungsbildschirm und auch in der musik app wurde was angepasst hier der play pause button der war in der beta 5 ein bisschen nach oben verrutschen war nicht hier in einer linie mit den anderen kontrollen das wurde jetzt hier nochmal angepasst und bei der vorschau für die hintergrund bilder wenn ich da mal auf die gehe die hier auch den dark mode unterstützen dann konnte man vorher ja immer sich anschauen wie das hell und wie das im dunkeln dann quasi aussieht und das alles durch druck hier unten auf den kleinen button und das funktioniert nicht mehr in der beta 6 vorher hat das immer gut funktioniert aber jetzt gibt es ja keine vorschau mehr wie hell und dunkel modus sich unterscheiden naja kleiner bug es gibt auch ein neues menü wenn man diesen drei finger touch oder tab macht also mit drei fingern einfach auf den screen tab und dann kommt hier oben so ein neues menü vor ausschneiden einfügen kopieren das ist eben neu das gab es vorher noch nicht einfach durch dreifaches tippen oder mit drei fingern tippen auf den screen und dann kommt hier das neue menü man kann direkt irgendwas ausschneiden und sonst wo dann wieder einfügen schauen wir noch mal genau hier auf die ordner die sind jetzt irgendwie noch farbiger und ihr seht das hier ich habe den blauen hintergrund und der ordner hier der ist schon ich sag mal sehr sehr blau geschwängert also man kann den noch schlechter jetzt unterscheiden wie vorher also die farben vom hintergrund die werden hier vom ordner einfach noch stärker aufgenommen und wieder gespiegelt wenn ich hier mal aufmache dann sieht das noch mal normal aus aber wenn ich zu mache dann sind die ordner doch schon sehr sehr farbig eingefärbt hier mit der hintergrundfarbe auf jeden fall mehr als vorher und das waren sie einige änderungen die mir aufgefallen sind in der beta 6 aber wie immer schauen wir noch mal in den geekbench rein wir wollen ja wissen ja wie ist denn hier die hintergrundperformance oder die performance vom prozessor so wird das jetzt ein bisschen besser ausgenutzt alles die ganze power die im gerät drin steckt und ich habe es natürlich mal geschaut und laufen lassen und sieht eigentlich gar nicht mal so gut aus ihr seht unten der benchmark 30 juli die beta 5 da habe ich im single core 3435 und jetzt noch 3302 und dann vorher im multi core 6066 und jetzt 6077 also hier beim iphone 7 geht es dann mehr runter als nach oben hier bei multi core ein klein wenig mehr dafür im single core nach unten und gerade single core performance das ist ja das was hier ja das meiste ausmacht denn die multi core performance wird ja nur bei schweren anwendungen bei spielen und sowas benutzt und ja die single core das sind so die täglichen sachen die wir machen das scrollen das öffnen von kleineren apps mal hier ins wetter reingucken und sowas und wenn man dann mal asphalt 9 oder sowas spielt dann ja dann kommt hier die multi core performance rein also keine dramatische änderung aber besser ist es eben auch nicht geworden so freunde das soll es aber dann gewesen sein für heute ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns natürlich beim nächsten mal hier mit der beta 7 natürlich bei mir apple cat macht's gut bis zum nächsten mal hier mit der beta 7